So, wir sind offiziell bei den Top 3 der Organisationsmitglieder angelangt, Luxord, Sykes und Xemnas. Und Luxord, gucken wir mal, ob ich Glück im Spiel und Glück in der Liebe habe. Entschuldigt übrigens, eventuelles Geschniefe. Ich bin leicht angekränkelt. Man hört es eventuell auch in meiner Stimme. Der erste, der aus Zeit zu rennen, ist der Loser. Eine Herausforderung ist der Beste. Wissen Sie die Regeln? Ich bin sie. Oh, oh Gott. Ich schätze, das war wohl nix. Aber ja, ich habe die Spiele definitiv nicht mehr im Kopf und ich glaube, das wird sehr schwer hier. Ich glaube, das wird sehr schwer, wenn ich die Spiele nicht kenne. Beziehungsweise nicht mehr kenne. Der erste, der aus Zeit zu rennen, ist der Loser. Eine Herausforderung! Ha! Es ist vorbei! Ha! 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 Es ist vorbei! Bis zum nächsten Mal. Take this. Take this. Take this. Take this. It's over. Take this. It's over. It's over. Take this. It's over. Ungünstig. Let's go. This is it. Let's go. I have to win the game, so I know. And this helps me absolutely not. But... What's going on? There's something that works already. At least Luxor's time is much lower than mine. And that's me personally. It's over. It's over. Take this. Let's go. Do you know the rules? What? I don't think it's over. That's the last game. I can get it. I can make it very pointless. This is terrible. That's such a slight pain. I have to put this in front of your game. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist es! Es ist vorbei! Oh! Sorry! Do you know the rules? Das war's! Holy! Das letzte... Die letzte Vierer-Kreiskombination! Alter Falter! Das war spannend! Yes! Unfassbar! Unfassbar!